Heute Abend beim Finale des Eurovision Song Contest aus Kopenhagen. Die 35-jährige Tinkara Kovac aus Slowenien ist Sängerin, Komponistin, Flötistin und eine belesene Lady, wie wir sehen. Am nationalen Vorentscheid hat sie mehrfach teilgenommen. 1999 scheiterte sie an zwei kleinen Pünktchen. Nun hat sie es endlich geschafft. Die ESC-Bühne in Kopenhagen wartet auf Tinkara. Auf ihre Flöte und auf viele Kreise. Denn es geht rund. Round and Round Tinkara